Aber zuallererst werden wir mal das YouNet besuchen, denn hier geht's genauso ab. Und wie, das sieht ihr jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist mir was passiert, ich wollte gerade drinnen irgendwie so ein bisschen nach Interviewpartnern gucken und da hat sich mir hier einer aufgezwängt, was ich eigentlich sehr positiv finde, denn dieser Mann ist Publicity-geil. Sag mir deine Gründe. Also ich finde Genie Extra so klasse, weil das meine liebste Trace-Sendung ist. Besser wie auf einem Kanal. Und nachts träume ich immer von Genie natürlich, klar. Und natürlich auch von Claudia ist er auch da. Hey! 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 Are you gonna come and look my show? Yes, when does it start? Now. Are you gonna follow us? I'm gonna follow you wherever you go. Hey! My name is Miss Kituki Marta. Who are you? Marta, I'm Genie X. What do you present with your microphone? Because you're not dancing only. You seem to have anything to say or to do. Mein Name ist Miss Kentucky Marta, ich bin die Frau von deinem Traum. Willst du mit uns gehen? Ich denke so, ist es dein husband? Ich denke so, das ist mein Manager, das ist Dennis. Hi Dennis! Oh, du bist so großartig. Herr Präsident, für Deutschland und Hamburg. Hey, komm, und was ist der Show? Du musst den Körper bewegen. Wir bekommen den Mund, der sich etwas sehr interessiert. Sorry, komm. Wir bekommen den Mund, die Frau von meiner Herzin, Hi, wo kommst du her? Ich komme aus San Diego. San Diego, was machst du denn hier so? Ich feiere ein bisschen und ich spiele Fußball und ich unterrichte Englisch. Sag mir doch mal bitte, was heißt Elfmeter auf Englisch? Penalty Kick. Ein Strafkick jetzt hier an dieser Stelle möchte ich nicht vollziehen. Ich wollte nur sagen, ich bin ein großer Fan, ich habe dich oft im Fernsehen gesehen. Oha, wie lange bist du schon hier? Eine Ära, dich kennenzulernen. Was ist dein Hauptpunkt heute Abend? Willst du sehen Leute? Willst du tanzen? Willst du sprechen? Was ist dein Hauptpunkt heute Abend? Willst du tanzen? Willst du tanzen? Willst du tanzen? Willst du tanzen für eine Gogo-Gerls oder so? Gogo-Gerls, ja, ja. Wenn du jetzt gehst. Ja, ich denke, es ist gut zu sehen. Okay, ich gehe da rein, ja? Danke, ich gehe da rein. Ja, ja. So, zwischendurch habe ich wieder mal ein paar kleine Grüße loszuwerden. Und der erste kommt von Ralf, der 18 Jahre alt ist und meine Sendung echt, kann ich betonen hier, echt, warte mal, hier, echt super findet. Danke, Ralf. Und jetzt habe ich noch fast zur Jahreszeit ein Karnevalsgrusch von den Fasslamisten in Harburg. Die feiern hier 25. Fasslam und haben mich im Poster auf einen ihrer Umzugswagen gehängt. Und das finde ich wirklich steinstark, dass ihr euch so viel Mühe macht. Kompliment, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr habt euch gut gefühlt. Wo wir gerade beim Thema Fasching sind, nicht? Ich meine, nicht nur, dass ihr jetzt unter Eingeblendet dann nochmal faxen könnt, was das Zeug hält. Eure Grüße. Wicke an mir bitte?